schönen guten mein lieben dann sind wir wieder mit einer runde be happy und ja wie gesagt ich musste ja ein bisschen was machen also ich musste ja hier ein bisschen warten bis das wieder fertig ist und das habe ich auch gemacht wunderbar das blöde ist wir haben tatsächlich unseren wir haben unser einmal verloren wir haben unsere die ist kein erfahren was machen wir jetzt ist mit dem gärtnern vorbei manuals ab mit natürlich und wir haben alles hier schön eingesammelt abgesammelt durch gesammelt und abgezogen und haben jetzt endlich endlich die automatisierungs upgrades ist dies nicht schön und damit haben wir auch diese seite hier komplett gequetscht nun kommen wir zu dieser restaurant und werden hier honeycombs herstellen und zwar 32 damit haben wir dann wieder diese geräte hier diese diese weißt schon diese paarungsmaschinen die haben wir dann und ja ziemlich durch da ziehen wir die baum durch da machen wir fertig die baum wir kommen jetzt automatisieren das heißt wir können einen da einlegen und er macht dieses königin nachlegen und drohnen nachlegen macht der auto mal also prinzessin prinzessin und drohne gibt könig königin meine ich so was macht das macht das ding jetzt automotisch egal was da drin ist macht er jetzt jedes mal hier das was ich sonst immer per hand gemacht hatte wird diese gerät erledigen ist das nicht schön das bedeutet wir packen die ich auch wieder hierbei erst mal wenn wir noch viel mehr dinge kriegen automat lebensdauer upgrade ja ist nicht so wild ich weiß schon was naja wie ihr vielleicht wissen tut ich weiß schon was ich als nächstes brauche oder demnächst und ich weiß nicht ob es mir möglich ist das herz zu bekommen weil ich war ich habe irgendwie keine bienen wo sind die ganzen bienen hin wir können uns welche kaufen ist das eigentlich haben wir so viele sachen verloren als würde abgestimmt wir haben keine bienen verloren also eigentlich haben wir wollen wir so wenig bienen wir haben nur die hier und da fehlt mir eine ganz bestimmte da wollen wir mal reinschauen eine gemeine fehlt mir nämlich wieso fehlt eine gemeine eine gemeine eine gemeine prinzessin auch noch fehlt mir weißt du dass das nicht blöd wo kriegen wir die her die kriegen wir aus ein ein gemeine ein gemeine eine magische haben wir auch nur nicht wo stopp zurück da will ich hin ok da gibt es 36 rezepte das werden wir wohl irgendwie was haben ich vergesse mal bei dort zu gucken topschau mal nicht war da im blut manisch worte bescheiden wo es die bestimmt weil ich magisch wie ich brocki bescheiden bescheiden haben wir auch nicht wir haben ich glaube wie sich und waldig und waldig gibt auch was ne kann es sein weil ich und wie sich könnte eine gemeine ergeben weil ich und wie sich wo ist es denn wie sich bescheiden ich habe bisher immer nur eine von waldig und wie sich ich habe es schon drauf aber ich habe halt nicht so viele ich habe eine waldige königin aber ich habe dafür eine wiesige prinzessin ich nehme die wiesige prinzessin und die waldige drohne diese rezepte müssten eigentlich auch andersrum funktionieren das blöde ist dass wir gerade keinen great frei haben was ein bisschen schade das müssen früh ich bin noch am oxidieren zu 37 schirme ich verbraucht nur für 32 brauchten wir alles klar nehmen wir diesen oder nehmen wir diesen haben wir gucken was wir da kriegen da brauchen wir auch noch mal so ein great also weil wir jetzt züchten wollen nämlich jetzt die sich ich will jetzt mal eben einen züchten und wenn wir schon leider unsere ach was mache ich denn hier wieder wir haben leider unsere unsere dinger verloren hier wasserkomps brauchen wir noch keine die habe ich alle verloren stimmt ja also da müssen wir noch ein bisschen warten wieder aber wenn wir zum erstmal ein paar dinger wieder und wir brauchen kabel wo haben wir die kabel die kabel haben wir hier und zwar die sind die normalen alles klar die nämlich auch ja und ich habe ein bisschen am haus und gebimmelt was soll man sonst machen das wird zeit hier mal ein bisschen abzubiegen würde ich sagen wir biegen mal hier ab und werden mal ein gerät ein gerät hier hinstellen oder ich sehe meinen pimmel ich sehe meinen pinnl mein pinockel wollte ich sagen ich wollte ach scheiße hier haben wir eine waldige und eine wiesige in der wiesige prinzessin und eine waldige drohne rein und wollen mal schauen was daraus wird sondern haben wir natürlich diese mutagen geschichten hier wo bauen wir die nehmen so dass es so mutagen sachen ab vielleicht hier irgendwie so weißt du machen wir schließen wir da noch eine solarpanel an ein anderes ein neues das könnten wir natürlich machen wir brauchen eine mutagener zeugunger und den mutter mutter trator und das muss man da rein schicken erweitert das mutatron heißt der gerät so dann müssen wir hier noch ein bisschen anbauen nicht abbauen natürlich ist ja klar nicht ist denn hier so weil ich hier ja auch mit den bienen ich will ja mit der mit der biene da züchten so mache ich das da ich mache das hier ich mache das hier so hin da mutter trot so dann brauchen wir noch ein kabel das weiß ich nicht genau mach ich das hinten dran warum nicht hinten ist gut vielleicht so ausgleichen war ich jetzt pass auf das wollen wir gucken müssen wir ein solarpanel abnehmen nehmen wir das kleine und nehmen das riesige wir nehmen das kleine was soll das ist die batterie machen wir das mal ab brauchen wir hier nicht und wenn das mal hier anbringen anbringen zack schon haben wir seft beziehungsweise wird es gerade dunkel haben wir keinen seft aber es geht so ein bisschen was da rein damit können wir also bienen machen also weißt du ja schon bestimmte bienen die wir brauchen eventuell können wir da herstellen und wir haben ich habe auch ein bisschen im haus weiter gemacht ich weiß jetzt gerade nicht ein bisschen ja ein bisschen ich habe ein paar fenster reingemacht da die schwarzen mit den schwarzen rahmen und dann habe ich hier oben noch ein bisschen weiter gemacht dass wir jede zweite etage haben ich glaube das reicht aber auch also und hier einen kleinen balkon damit alles sehen ich weiß nicht ob den hat man schon weiß ich nicht und da wollte ich was ja ja das mache ich dann noch das zeige ich euch falls wir eine quest haben ja ansonsten sieht das schon mal ganz schön aus finde ich kommen noch das dach drauf das wird ein bisschen haarig es werden doch keine drei dächer es wird möglicherweise nur 1 es soll auch reichen hierfür unbedingt soll das hier für reichen so kommen die machen schön hier machen schön hier die machen schön ja und wie die schön machen da gut jetzt kriegt der die andere noch hier so eine lebensdauer upgrade kriegt die noch und automatisierung nicht weil da müssen wir aufpassen diese hier nämlich lebensdauer damit das ein bisschen schneller geht wie viel kann man reinpacken vier stück recht 1234 so das kommt da rein das ist wie gesagt für die zucht damit es schneller geht weißt du automatisierung kommt auf keinen fall ein weil das möchte ich schon im auge behalten hier sind schöne sachen drin das ist automatisiert und das abgedienst und da haben wir schön gezüchtet das ist eine gemeine rocky hier könnten wir auch noch ein bisschen automatisierung hier lebensdauer wir haben die andere nicht mehr da will ich keine rausnehmen weil die brauchen wir da aber hier könnte ich mal so vier stück rausnehmen weißt du dann haben wir hier ein bisschen produktion davon weil wir werden ja am ende sowieso alles brauchen was wir was wir kriegen produktion brauchen wir jetzt nicht wirklich wohl die macht auch die sinne da ist die hauptsache sie wird eine die ich brauche eine gemeine ich weiß dass ich eine gemeine brauche demnächst ich hoffe die kommt raus aber ich könnte das ja auch hier mitmachen jetzt also wuppe wuppe wir brauchen jetzt ganz viele wasserdinger wir könnten aber nachgucken das könnten wir in der tat ob wir was finden ob wir noch was anderes finden meine ich sieben schon ob wir noch was anderes finden also brauchen diese wasser geschichten ist klar 16 32 wir können auch mal hier reinschauen vielleicht ist hier was bei irgendwie mal sehen honigtropfen ja da brauchen wir bestimmte grater damit wir den bekommen ich weiß gar nicht wo wir den her bekommen dann brauchen wir das wochen wir von der unheimlichen prinzessin es gibt schon interessante bienen hier dann brauchen wir davon noch mal 64 ja das ist alles alles kein problem klima von trolle wo kriegen wir das ding hier weiß man auch noch nicht dann brauchen wir eine gewöhnliche war aber da sind wir auch schon unterwegs da kriegen wir die unheimliche prinzessin nämlich das ist auch interessant da brauchen wir mal ästhetischen bekommen wir mal nicht die tropfen von der tropfen von der zähren kriegen wir noch mal sowas unermüdliche kann man wieder schön züchten die kriegen wir dauernd schokoriegel wenn es zu dick was ist da los also wir können aber auch hier hier gibt es so einen shop so ein store in dem store können wir uns bienen kaufen quasi mit honig warben aber immer steckweise und christian waldige und was so brauchst halt gemeine sind sie auch bestimmt irgendwo nein natürlich wie der müll für die imperial wochen wir jay-lay-royal alter er ist schon interessant finde ich ja schon interessant ist es auf englisch habe ich die ganze zeit auf deutsch gespielt wo ist denn die gemeine ist das die wo ist denn die dita modist ist das oder was ich weiß es nicht eine gemeine ist das die modist die kammern ist das was würde die mich kosten 128 was guck mal das kostet 128 waben da und hier kriege ich die nicht schade egal ich werde sie noch mal reinpacken hier die beiden süßen und wenn ich das analysieren könnte habe ich das nicht das gerate habe ich nicht schade könnte ich euch nämlich jetzt zeigen dass das schon bestimmt was gemeines mit drin ist ich habe das gerate nicht habe ich das verloren beim unterfallen und hier haben wir keine königin da können wir auch was reinpacken was haben wir denn da so wie eine mystische königin reinpacken ebenso zack damit hier auch was passiert dann gibt mir mal so das brauchen wir eigentlich nur produktion das kann ruhig eine 8 behalten weil das brauchen wir immer die dinge das ist eine 4 das ist eine 4 und das brauchen wir gerade auch so dringend also eigentlich kann ich hier nichts abzwacken aber hier das haben wir bald 32 stück haben wir bald kein problem junger soll man schon mal ums dach kümmern ich weiß nicht ich weiß die ich hätte jetzt gerne mal gewusst was da jetzt rauskommt demnächst ihr seht das ist rück zurück zuck fertig die anderen hier sind noch nicht lange nicht so weiter also die waren schon vorher angefangen ne wisst ihr bestimmt gewöhnliche warmen rockies ich finde die rockies so cool ne ob stürmst ob schneit ach die kommen schon mal reinpacken vielleicht so ein oder andere vielleicht nicht alle rein ich weiß es noch nicht um hier mutagen zu erzeugen halt muss man die haben genau das ist nämlich noch leer und ich habe den eimer verloren wir haben den eimer verloren und die gießkanne verloren und scheiße ich kann die gießkanne nicht nach kraften blöderweise funktioniert das hier nicht den eimer habe ich nicht ausprobiert ob ich denke mal wenn wir das unbedingt wir können wir haben drei eisen das wäre nicht das problem jetzt so an der stelle aber du willst mich doch verarschen eine wiesige prinzessin eine waldige drone das kann ja wohl nicht sparschwein hier mit euch ihr wollt euch nicht vermehren oder wat mehret euch 33 drohnen guck da haben wir mal so eine automatisierung mitbekommen total ich weiß gar nicht was aus dir wird sollen wir hier weitermachen sollen wir mit dem dach anfangen ich hatte ja noch ein bisschen angsten 16 stück noch mal rausgenommen mit dem dach fangen wir da oben an oder oder nicht ich weiß es nicht ich glaube 16 reich nie nein mama mia spaghetti lass mich lose hier rein oh nein wie kann man denn weißt du sag mal ehrlich mal ehrlich da dort leckt mich ich habe kein skill für solche sachen lassen müsste früh dafür ich bin so früh am morgen wieder unterwegs na da hat mir unheimlich ist da machen wir nix schätze ich mal oder sieht das aus i don't know i don't know that da brauchen wir auch nicht viel so dies hat gereicht auf jeden fall das ist schon mal zwei haben wir übrig das ist ja toll so jetzt gucken wir nochmal nach unserer gemeinung ob die jetzt da ist dann ist sie nicht dafür eine kultivierte lass mich verarschen oder was eine gemeine hätte ich gerne zeig mal nochmal eben was habe ich da falsch gemacht so rum warte mal hier ist sie das ja auch drin aber bei dem anderen siehst du sofort komm mal her zack zack mystisch rockig wir hatten doch dieses waldig wiesig rocky wiesig geht auch 15% das könnten wir auch machen wiesig bescheiden wiesig tropisch water bescheiden wir haben ja keine bescheiden winterlich waldig wiesig rocky tropisch magisch rocky morscht ich hab gestimmt waldig wiesig das ist doch waldig wiesig waldig wiesig ja muss doch rauskommen also so dauert das halt leider das ist halt dann schon mal so es dauert dann ewig lang ich hab auch den baum der ist gewachsen ich weiß gar nicht ob der in der Folge gewachsen ist und dann hab ich Kakao da gehängt für eine eventuelle tropische biene es ist dunkel wir gehen lieber schlafen weil wie gesagt das können durchaus monster entstehen wir haben 18 minuten wie hab ich das denn gemacht so da würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bitte ich freue mich wunderbar da drauf mach hin was ist denn warum machst du nix ist kein Strom natürlich jetzt mich verarscht muss ich die rausnehmen oder was dann muss ich nicht aber was soll's jetzt hab ich es auch ausgenommen das ist ein Fehler gewesen ich hab wo hab ich denn das Ding hin hab ich das auch verloren oder was das ist eine besondere und interessante die wir auf jeden Fall brauchen werden ich hab ja 40 davon wie viel brauche ich davon 60 über 60 also für den Stack glaube ich wir brauchen eine Stack Baby wir prüfen alles nach oh wir kommen ja 32 immer näher gut ich würde sagen ich mach die 32 voll und die 64 auch und dann werden wir uns wiedersehen bis zum nächsten mal ciao ciao ach da ist der Knopf haha tschü